Das finde ich auch ein schönes Bild. Gefällt mir? Ismas Labor Kapitel 4 90 Münzen Das kommt jetzt wieder Richtung Katakomben, so wie ich das sehe. Ich will mir das... Was ist denn hier los? Kusco, ich habe ein paar Ballons gefunden, mit denen wir vor der bösen alten Isma aufs Dach des Palastes kommen. Nicht so fast. Es ist nur noch ein Zaubertrank übrig. Das ist unsere einzige Chance. Also, lass mich das mal klarstellen. Wenn du ohne mich wegschwebst, soll die Sache hier richtig schwierig werden? Ja, wenn du dich einfach an mir festhältst, können wir bis zum Ende schweben. Fantastisch. Ups. Bis bald. Ja, ich habe es aus Versehen weggedrückt. Ich würde sagen, wir laufen erst mal unten weißer. Okay, das gefällt mir jetzt nicht so. Wir müssen uns den Trank von hinten holen. Beziehungsweise ist halt dieses Spind-Ding. Bleibt das jetzt hier so 2D, oder? Ja. Oh, der ist da oben ungefähr. Das geht jetzt einfach wieder zurück. Das wird nur oben bleiben. Oh, Gott sei Dank. Okay, ich muss es ein bisschen langsamer machen. Oh, man sieht ja jetzt, dass sie Pieks auch haben. Ich geh hier lieber rein. Ich höre da jemanden laufen. Nicht laufen, sondern springen. Man kann ja auch einfach umrennen. Das ist ja schön, dass ich das jetzt weiß. Aber ich glaube, ich habe das schon mal umgerannt. Die Musik ist einfach, wow, gut ins System. Die haben schöne Augen, die gefallen. Ja, ist okay. Ist okay, ist okay. Man muss hier in den Schatten. Das macht keinen Sinn. Was ist vielleicht mit ihm hier? Oh, ja. Also dieses 2D-Ding hier gefällt mir jetzt auch ganz gut. Also es ist schon wieder Abwechslung hier. In the game. Da bin ich wohl runtergefallen. So ist es besser. Nicht zu nah. Na ja. Oh, ich will einen neuen Checkpoint haben. Ja. So. Aus dem Weg. Dankeschön. Ich hab irgendwie immer das Gefühl, dass da rechts noch irgendwas ist, deswegen steh ich hier auf der Plattform immer so weit rechts. Ich kann da Nase jucken, kratzen. Aua! Ich hätte gern eine Melone. Wie kommt man denn da hin? So nicht, auf jeden Fall. Wie kommt man denn da hin? Wie kommt man denn da hin? Moment, habe ich schon was gehört? Halt, stopp! Ich geh mal hier hin, vielleicht kommen wir ja auf der anderen... Natürlich kommen wir auf der anderen Seite wieder raus. Das hier sieht mir so nach Geheimnis aus. Hier ist aber nicht... Gar nicht! Na gut, dann müssen wir halt da oben drüber springen. Ich glaube, wir kriegen jetzt wenigstens noch ein paar Geheimnisse oder so. Oh, das war doch easy peasy. Die fährt gar nicht höher, ist ja blöd. Das war auch okay. 37 von 90. War noch 90 oder nicht? Kontrollpunkt. Ja! Boom, Baby! Was ist das denn? Ja! Was ist das? Ah, das fährt nach... Öhm. Jetzt weiß ich auch, wenn man da hinkommt. Oh geil! Und das lässt einen direkt hier raus. Das ist ja Service! Ich kann die Musik nicht... Was sehe ich denn da? Ja, komm, stütz in den Abgrund. Aus dem Weg! Wow! Du bist ein Held, Herr Lama. Kontrollpunkt! Und das war jetzt auch sehr perfekt, dass ich den Kontrollpunkt eingesammelt habe. Aber ich glaube, ich hätte auch keine andere Möglichkeit gehabt als den. Det wird dann noch mal anbietet. Der ist warm. In mir viel Typekit pillarsgelпа、 als ob die sich bei einer continually verbinden. Oh, da war ich doch fast schon ein bisschen zu früh losgesprungen. Ich glaube, da soll man gar nicht hinkommen, oder? Ja. Schön, dass du dich verletzt hast. Ja gut, dann warte ich halt nochmal zwei Stunden, bis das Tal wieder unten ist. Ist okay, ist okay. Aber wenigstens noch ein bisschen Musik dabei, die sich etwas nachfacht, äh, nur ein kleines bisschen nachfacht. So, ab hier rein. Ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Also was ist hier unten? Auf jeden Fall ein Weg. Ich dachte, das ist so ein Ding, ich dachte das wäre irgendwie eine Raupe. Das sah irgendwie so nach einer Raupe aus. Bahn frei! Lama kommt! Noch mal! Okay. Das war's. Das war jetzt aber nicht sonderlich schwer. Was ist das? Das erinnert mich jetzt ein bisschen an, ähm, Anti-Chamber. Boah, ich musste gerade richtig meinen Kopf ansprengen. Ja, so eine leichte Explosion habe ich daran vollführt, um rauszukriegen, wie das heißt. Hallo? Hallo? Ah! Das ist ja... Gefuck... The fuck? Okay, wir haben gelb, blau und grün. Und da wird's gut seitensiver. Und da wird's gut. Oh, ich wollte das, das neue Run. Oh, das ist toll. Oh, das ist so. Und da ist ja immer wieder so gut. Und da ist es gut. Also, das ist so.